Moin zu einer neuen Folge Henkes Corner, mit dabei ein wunderbarer Gast, ja er ist Streamer, ehemalig Meinungsblogger, darüber werden wir alles reden. Es ist mein super Freund, ich würde sagen Top 5, Top 5 Freund. Welcher Platz in der Top 5? Vier? Okay, wer ist vor mir? Also auf jeden Fall, Joanna ist auf jeden Fall vor dir. Was ist, wer ist das? Joanna bist du drin? Ach Joanna, ich hab Jenna verstanden. Ist Joanna vor mir? Okay, er kennt sie auch viel länger. Rätsmann ist glaube ich auch vor dir. Kennst du auch viel länger, ist okay. Kevin wahrscheinlich auch. Bruder, die Konkurrenz ist groß, vier nehme ich. Ja, vier nehme ich. Wo bin ich? Eins natürlich unangefochten, Felix. Wo ist Kenneth? Ich muss sagen Platz 2. Ehrlich? Ich hätte gedacht jetzt irgendwo 37 oder sowas. Platz 3 ist Rätsmann, dann kommt Shorty. Warum Shorty? Weiß ich nicht. Ich würde sagen, du bist so Platz 46. Aber du bist halt der letzte Mensch. Mike, ich freue mich, dass du mit deinem Start bist, Bruder. Ja, ich mich auch. Sehr schön, dass es so weit ist. Dass ich dich in der Kornhebe grüßen darf. Ich bin von mir auf dich zugekommen, weil ich dir nicht relevant genug war. Du hast so ewig drauf gebollt, dass diese Folge kommt. Jetzt habe ich eigentlich gar keine Lust mehr. Ehrlich? Ja, jetzt bin ich hier und das ist immer so, man will immer die Sachen, die man gerade nicht hat und jetzt bin ich hier. Jetzt hast du es. Ja, deswegen. Aber Mike ist doch geil. Ja, ist wirklich geil. Oder? Freust du dich? Ja. Freue dich doch mal. Wie war Weihnachten? Ich übernehme das jetzt hier einfach. Wie war Weihnachten? Weihnachten war Affen geil. Wie war bei dir? Ja, auch viel gefressen. Sehe ich dick aus in dem Licht? Ja. Danke für die Ehrlichkeit. Bist doch Platz 4. Danke dir. Ich weiß jetzt schon, das wird so Mitashi-Level von der Folge. Ja, das ist so richtig gottlos, Bruder. Du hast gesagt, vor der Folge, ich darf alles sagen. Du hast, ja, also ich sag mal. Nichts Rassistisches, Symmophobes und sowas mach ich ja eh nicht. So etwaige Ereignisse, jetzt nicht unbedingt in Frage stellen oder sowas. Okay. Ja? Kriegen wir es hin, Mike? Kann ich Möse sagen. Ja, darfst du sagen. Hör auf, ey, wirklich. Meine Eltern gucken halt jede Folge, ne? Ja, komm, lass mal anfangen jetzt. Ja, ja, wir sind doch schon dabei. Also, geht schon los. Mike, wir müssen zu deinen Anfängen gehen, ja? Wie hast du angefangen? Wie laufen die Beyblade-Videos? Boah, Bruder, das ist direkt rein. Bro, ich weiß for real nicht. Ich weiß for real nicht, was das erste war, was ich gemacht habe. Ich weiß, ich habe irgendwann so ein Camcorder geschenkt bekommen. Ich habe so richtig unnustige... Camcorder oder Camcorder? Camcorder. Camcorder. Darf man das auch sagen, du Hurensohn? Ja, darf man leider sagen. Ein Camcorder. Und damit habe ich so Sketch-Videos gemacht mit einer Ray Mysterio-Maske auf. Nein, verarsch mich. Nein, mit einer gelben Ray Mysterio-Maske unter meinem Hochbett. Das war so ein Hochbett, wo man so drunter chillen konnte. Ist das krank. Wie alt warst du da? Boah, Bruder, zehn, elf. Ehrlich? So, damit habe ich... Das war 2010. So, elf müsste das gewesen sein. Da warst du... Bestimmt, du bist ja schon ein bisschen jünger als ich, ne? Ich bin 25. Nein. Doch, bist du dumm? Doch. Ich bin 25. Doch. Was hättest du mich getippt? Was hättest du denn? Ich hätte gesagt 24. Nein, ich bin 25. Wer soll jetzt zusammen Geburtstag gefeiert? Ne, ich bin 25. 25? Du pushst die 30 hart, ne? Ich bin zwei Jahre älter, als du mal. Ja, sorry, Jan. Reiß dich mal ein bisschen am Riemen. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall hatte ich die gelbe Ray Mysterio-Maske auf. Ja. Und habe so Videos gemacht, weil meine Mutter dachte, ich werde gemobbt, wenn ich mich zeige. Hat sich auch herausgestellt, sie hat recht behalten später. Ja, ich glaube, da hat die Maske auch nicht geholfen. Nee, und keine Ahnung, so hat sich das dann irgendwie entwickelt. Irgendwann habe ich so eine Beyblade-Arena einfach in mein Zimmer gestellt. Das war der geilste Scheiß. Soul-y. Ja, gibt es auch noch Lightning Soul. Das ist Lightning Soul. Gibt es auch noch ein, zwei Videos aus der Zeit, weil ich den Zugriff auf die Accounts nicht mehr hatte. Das hätte ich ja auf privat gestellt. Aber das war eigentlich geil. Und ich habe nicht mit so einer Webcam gefilmt, sondern ich habe auf dem Bürostuhl, also auf dem Schreibtischstuhl, diesen Laptop gestellt und eingeknickt, dass ich mit der internen Laptop-Kamera diese Arena filmen konnte. Aber du, richtig MacGyver-Shift. Ja, safe. Das war geil. Irgendwann hat mich die Beyblade-Community gehasst, weil jeder hatte so ein Team, die haben alle so Team Thunderstrike und so aufgemacht. Und? Ich habe mein eigenes Team aufgemacht. Wie hieß es? Team Lightning Crash oder so weiter. Lightning Crash? Wie Lightning Crash? Warum Lightning Crash? Weiß ich nicht, weil ich ja nicht meinen eigenen Namen da reinnehmen kann. Ja, weil ich weiß ja, zwölf. Lightning Mike. Lightning Mike. My King Soul. My King Soul. Ey, du bist ja wie ich eine Nordgestalt. Absolut, Digga. Wir kommen aus der ähnlichen Hood. Du aus der schlechteren leider ein bisschen. Actually, ja. Ich würde zustimmen, ja. Aber es hat trotzdem keinen Abbruch getan. Du bist trotzdem was Gutes geworden. Hat auch lange gedauert. Ich musste lange reifen. Ich musste lange reifen. Nee, finde ich, aber ich mag dich sehr gerne, Mike. Muss ich sagen. Bro, du warst tatsächlich einer der Ersten. Ich habe dich letztens besoffen, auch angerufen, an Weihnachten. Ja, voll. Ja, ja, stimmt. Bro, ich habe da voll viel mit Candid, meinem diabeteskranken Freund, drüber geredet. Shoutouts gehen raus. Und Henke war actually einer. Ich habe eine sehr eklige YouTube-Vergangenheit. Ich komme so aus sehr, ich sage mal, weirden Kreisen. Ich habe viel Shit gemacht. Und irgendwann habe ich das halt alles so, wie nennt man, wie sagt man, Ant-Akta? Ant-Akta gelegt. Ant-Akta. 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 Man lernt hier sogar noch was. Habe meine ganzen Kanäle gelöscht und so. Und habe dann einfach für mich irgendwann 2019 angefangen zu streamen, weil ich halt dann das Internet hatte in meiner ersten Wohnung. Und irgendwie habe ich durch TikTok dann Philo kennengelernt. Und durch, ich weiß nicht mehr, habe ich dich durch Philo kennengelernt? Ich glaube durch Twitter. Wir haben irgendwann mal... Ich glaube durch Twitter, ja. Ja, ja. Du hast irgendwann auf Twitter, hast du irgendwas geschrieben. Ja, und irgendwann bist du einfach... Da habe ich dich gefunden da. Ja, und irgendwann haben wir dann so, okay, krass, wir kommen so aus derselben Richtung. Und irgendwann war es dann bei mir zu Hause und dann hat alles seinen Lauf genommen. Junge, ich weiß doch ganz genau, da war ich mit Murat, da hat Murat noch in Flensburg gewohnt. Ja. Da bin ich mit Murat Richtung Flensburg gefahren, weil wir da irgendwie rumgehangen haben. Ich weiß aber nicht mal aus welchem Grund. Auf jeden Fall sind wir da an deiner Ecke vorbeigefahren. Ja, ich weiß doch, Digga. Da wo unten noch mein Streaming-Zimmer war. Ja, genau, 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 genau. Also du musst ja von Lübeck nach, so über Kiel nach Flensburg hoch. So, und sind wir bei dir vorbeigefahren, Zwischenstopp gepasst. Und da habe ich Kenneth das erste Mal kennengelernt über Discord auch. Boah, Bruder, das war geil. Das erste Mal persönlich gesehen. Digga. Und da habe ich dir noch kalte Nuggets angeboten, aber du wolltest sie nicht. Nee, ich wollte nicht. Dann da war noch, Taron war noch da, die legendäre Katze. Gott, hab sie selig, big up, bless up. Und da hast du auch noch mit deiner Ex-Freundin gewohnt. Ja. Bro, lass uns bitte nicht, lass uns sich über Ex-Freundin. Nein, das symbolisieren wir nicht, das symbolisieren wir nicht. Bruder, du musst dir vorstellen, die Story muss ich ganz kurz erzählen. Okay. Ich habe mal, da dachte ich auch, ich muss mich voll scheißen. Ja, ja, ja. Bruder, ich erzähle ja on-stream einfach immer sehr überspitzt so Geschichten, die mir irgendwann mal so passiert sind. Und das ist halt alles immer auf Humorbasis, so ein auf den. Digga, das war ganz crazy. Und ich habe irgendwann so erzählt von meinem ersten Mal, dass ich mich nach 30 Sekunden vollgewichst habe. Und so habe das so sehr, sehr blühend in allen schillernden Farben der Kunst beschrieben. Digga, auf einmal kriege ich eine Woche später eine Random-Nachricht mit diesem, ich habe es als Reel hochgeladen, mit einem Link zu diesem Reel. Und irgendwie meine, da hat mir meine erste Freundin, als ich so 18 war oder so, ist schon Jahre her. Ja. Hat mir so geschrieben, also mit der ich dann offensichtlich mein erstes Mal so hatte, hat mir dann so geschrieben, ey, mir wurde das geschickt, kannst du es bitte runternehmen? Ich finde das voll schlimm und so. So echt, Digga, ich wusste gar nicht mehr, dass es ist. Ja, ja, ja. Aber als ob das was auf dem Schirm hat. Ja, das hat dir irgendwer geschickt, die verfolgt das so anscheinend eigentlich, ist keine Ahnung. Oh, scheiße. Mann, Digga, ich habe das so aus Joke einfach erzählt, war mir auch ein bisschen unangenehm. Aber ist ja auch keine namentliche Erwähnung so. Nein, obvi ist es nicht so. Und das ist halt, vor allem, ich hatte die halt, ich habe einfach diese Story erzählt, ich habe das gar nicht mehr mit der in Verbindung gehabt. Weißt du, Digga, und dann hatte ich mir so geschrieben, so, ja, mir wurde das so geschickt und so, weil irgendwer aus dem Dorf weiß dann, dass ich deine erste Freundin war, pipapo. Ja. Ich dachte so, Digga, das kann doch jetzt nicht sehr ernst sein. Aber ich wollte, aber ich habe es dann einfach runtergenommen, weil ich nicht wollte, dass die so, weiß ich, Digga. Dass sie irgendwie so Hackmaker hatten. Ja, und dass die sich dann irgendwie, dass die das dann so unangenehm finden, weil es war im Endeffekt einfach nur ein funny Video so. Ja, ja. Und da dachte ich mir auch so, ja, Bruder, also keine Ahnung, ich werde trotzdem weiterhin meine Storys erzählen, aber ich werde, glaube ich, so einfach darauf achten dann, wie ich das worde. Nein, du wirst nicht darauf achten, Mike. Nein, ich werde nicht darauf achten. Ja, aber mal Reel. Und das ist doch, das ist aber auch ein bisschen, Digga, wenn ich das gesehen hätte, ich hätte, glaube ich, einfach drauf geschissen. Weißt du, wenn jetzt eine Ex-Freundin so. Ja, aber du kannst, du kannst, das kann man ja, keine Ahnung, du kannst es, glaube ich, so schwer sagen, oder? Ja, I guess. Aber das war, Bruder, du musst dir vorstellen, ich gucke in dieses Instagram-Postfach und dann ist ja diese Nachricht, Bruder, die hat schon Profil bitte schon verheiratet und so steht. Und dann einfach hat sie dieses Reel gesehen, das war hart, ja. Haben alle deine Ex-Freundinnen jetzt schon geheiratet? Ich glaube ja, nur bei mir läuft es nicht. Aber du willst es auch nicht. Ja, aufgeregt, mach doch Spaß. Ich kann mir kein besseres Leben haben, ich bin super zufrieden. Ja, auf jeden Fall aber, Shoutouts, falls das irgendwie mal eine Ex-Freundin hört, ey, ich gehöre euch das Beste, herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit und so was. Läuft ja, aber ja. Ja, läuft ja, alles super. Seid alle zufrieden. Und das ist das Wichtigste, dass es allen gut geht. So, so, so. Marco, ich freue mich auch, dass es dir gut geht mittlerweile. Danke. Ich habe zugenommen wie Sau. Ja, aber nee, aber finde ich jetzt. Doch, doch, doch. Glücklich sein, stehen wir nicht. In Relation zum Quark-Mike von ganz, ganz früher, wie er da auf der Sofa-Katte saß. Kann ich dir meinen Bauch zeigen? Was? Kann ich meinen Bauch jetzt? Nein, das geht nicht. Okay. Aber mein Lieblings-Mike-Bild aus deiner wilden Jugend. Ich sage dir ehrlich, da hast du trotzdem krass immer noch. Ja, da war ich auch noch 30 Kilo schwerer. Ja, das war krass. Aber das Ding ist, Bruder, als so nach meiner Trennung, wo ich richtig sad war, ich war halt auf 83 Kilo mal, ne? Das ist 20 Kilo weniger als jetzt oder 15. Das ist halt hart. Ja, das ist, aber da sah ich halt auch ungesund aus. Keine Ahnung, Bro, ich muss das bloß mal irgendwie hinkriegen. Mich nervt das selber so. Aber ich bin halt auch, ich liebe es halt, auf die Scheiße zu fressen. Du siehst deutlich gesünder aus, als zu der Zeit, wo ich dich kennengelernt habe. Ja, das stimmt. Danke, ich rauche nicht mehr. Stimmt. Seit Februar. Warum lachst du so kacke? Also Shisha halt ab und zu. Aber du bist für mich so ein Charakter, den ich immer mit so Rauchen in Verbindung setze. Das war immer mein, ich habe das immer sehr zu meinem Charakter-Trade gemacht. Das war immer. Ja, finde ich künftig, wenn man das macht. Hast recht. Hast mal wieder richtig, richtig recht. Hast recht. Wir sind gerade übrigens, ihr wisst ja, wie die Wetterlage aktuell ist. Ich hoffe, bei euch ist alles safe. Bei euch ist nicht die Bude überschwemmt oder es ist irgendwie Krise bei euch. Aber wir haben Hochwasser. Das Wetter ist scheiße. Wir haben uns dazu entschieden, diese Folge. Wir haben es jetzt gerade datumsmäßig, damit ihr es ein bisschen auf dem Schirm habt, den 29. Wenn ihr das seht, ist es schon neues Jahr. Deswegen, wir wünschen an der Stelle kurz mal frohes neues Maik. Ja, erfolgreiches Jahr. Frohes neues Maik. Frohes neues Maik. Frohes neues Maik. Träume in Erfüllung. Und so Sachen. Und die Vorsätze. Können wir auch gleich drüber reden. Was ich aber sagen wollte, wir sind jetzt gerade noch in Köln in der Wohnung. Aufgrund der Wetterlage haben wir gesagt, wir drehen das drin. Weil, wenn das hier in die Mikrofone, klar wir haben so Windschutz drauf, aber wenn das in die Mikrofone reinpfeift, wie ich habe das ausgetestet, selbst dann hört man es so. Dann ist es auch schlecht für euch. Dadurch, dass es ein Podcast-Format ist, machen wir es dann so, ist dann halt die Optimallösung passiert. Na, drehen wir halt mal drin. Haben wir ja schon mal gemacht. Sieht aus wie Sau hier. Ja, es sieht wirklich aus wie Sau. Ich durfte nicht mal eine Story posten, weil das hier so kacke aussieht. Ja, es ist ja gerade so der Übergang, dass meine Mitbewohnern ausgezogen ist. So, und jetzt muss ich hier alles mal klar Schiff machen und rumrollen. Da liegt noch so viel Pappe rum. Alter, das ist geisteskrank. Die ganzen Pizza-Kartons. Ja. Aber jetzt, ich kam auch einfach nicht dazu. Jetzt bin ich erst mal ab morgen auf Madeira, Alter. Boah, geil. Deswegen, kleiner Teaser an der Stelle. Es kommen richtig, richtig wilde Folgen. Das Line-Up wird geisteskrank. Freut euch drauf. Alter, es wird geil. Aber jetzt haben wir erst mal Super Mike. Fängt ja schon an, das geile Line-Up. Line-Up ist jetzt schon super krass mit Super Mike. Super Mike. Mit Super Mikey. Mike, hast du Vorsätze für nächstes Jahr? Boah, ja. Ehrlich. Ich habe ein paar Sachen auf meiner Bucketlist, ja. Also, ich will auf jeden Fall mal eine Runde Fußball in Trimax Fußballteam mitspielen. Das ist auf meiner Bucketlist. Oh, check. Der hat gestern auf meinen... Wollen wir das zusammen machen, Mike? Boah, wäre todesgeil. Der hat gestern auf meine Software-Folge reagiert und er meinte, er mag mich voll und so. Und jetzt habe ich mir so gesagt, ey, ich will einmal, ich will richtig einfach nur ein Game, ein Spiel. Wie einfach ein paar Harztag für eine Halbzeit. Ja, das wäre geil. Bro, ansonsten... Ich habe sogar noch, ich habe sogar den Spieler, also diesen Spieler-Formular, habe ich sogar rumliegen. Ehrlich? Ich habe die PDF davon. Boah, wenn du mal wieder mit dem Schnackst oder ich, wenn ich ihn mal wieder sehe, frage ich mal für uns. Ja. Hätte ich Bock drauf. Ich wollte mich eigentlich fit machen, habe es nicht getan. Deswegen hat sich das ein bisschen gezogen bei mir. Aber ich wollte eigentlich schon letzte Saison bei Harztag so ein bisschen mitkicken. Boah, das ist aber geil. Da hätte ich auch mies Bock drauf. Ja, das ist so auf der Bucketlist. Ansonsten einfach, ich bin zufrieden, wie es gerade läuft, einfach weiter durchziehen. Ja, voll. Bisschen so Sport. Es hat sich aber gut entwickelt bei dir, muss man sagen. Boah, im Moment ist crazy. Also ich habe... Also im Moment ist wirklich krass. Ich meine, wenn wir so zurückschauen, du hast... Ja. Ich glaube, das würde mir schneiden. Ehrlich? Nee, du hast ja in der Zwischenzeit diese Meinungsblock-Geschichte gemacht. Ja. Und du sagst dich stolz auf diese Zeit. Das ist ja die Zeit, aus der ich deinen Namen ja auch noch kenne. Viele sogar Kevin, Bro. Selbst Kevin kennt mich aus dieser Zeit. Ja, also ich denke, viele, die schon so lange dabei sind oder so lange in dieser Szene stattfinden. Und du warst ja jetzt auch nicht klein. Du warst einer der großen Namen in dieser Meinungsblocker-Szene. Ich war, aber... Also guck mal, das Ding ist, du musst dir vorstellen, für damals, ja klar, damals war noch andere Zeit. Ja, natürlich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass so, also dass so lange dieser Scheißruf mir noch vorauseilt. Ich glaube, aber... Das hat sehr lange gedauert, das so reinzuwaschen irgendwie. Ich glaube, aber es ist trotzdem noch der kleinere Anteil der Leute. Ja, full. Das waren doch Leute, die manchmal schreiben so, ey, warst du nicht der von, keine Ahnung, KuchTV oder du hast doch diese Meinungsblocks gemacht? Aber ich war da halt auch noch sehr jung, ne? Es ist auch noch eine andere Generation. Ich meine, in welchem Zeitraum reden wir da? 16, 17? Boah, lass mich kurz überlegen. Das war, also den Namen Zabex gibt es seit 2012. Da habe ich so Minecraft-Shit gemacht. Ja. Concraft hat seine Thumbnails geklaut. Er war ja auch nicht sehr beliebt in dieser Szene. Ja. Ich war echt ein kleines Scheißkind irgendwie. Ich weiß auch nicht, was da abging. Ähm. Boah, dieser Meinungsblock-Kram war 2014 bis... Boah, 2016, 17 so circa. Ja, dann musst du so 16, 17, 18 gewesen sein, ne? Ja, circa. Also wenn du 2014, war ich 18, dann müsst du ja 16 gewesen sein. Also, ja. Ja. Kommt ja circa hin. Ja. Safe, ja. Ja, das ist ja... Mein ist lang zurück und ich glaube, ähm, also muss man ja sagen, du hast dich ja krass entwickelt in die Richtung. Ja, also ich glaube so, jeder hat so eine cringe Vergangenheit. So meine ist halt, dass ich ja noch Leuten auf den Sack gegangen bin. Ich denke mir oft so... Ich habe nur das große Glück, dass es nicht öffentlich ist. Okay, check, ja. Ja, keine Ahnung, Bro. Also ich habe mich ja irgendwann noch so von den Leuten losgesagt. Auch einfach, weil das nicht mehr mein Vibe war irgendwie. Ich denke mir so, ey, guck mal, hätte ich diese Zeit, wo ich einfach Meinungsblocks über irgendwie Leute gemacht habe, so, äh, Apparat hat wieder einen Song gemacht, der kacke ist und so, hätte ich die Zeit lieber für was Sinnvolles genutzt, wäre ich jetzt schon weiter, glaube ich. Aber vielleicht wäre ich dann noch nicht da, wo ich jetzt bin, weißt du? Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass du diese Zeit hattest, jetzt für deine charakterliche Entwicklung. Ja, safe, 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 safe. Ich meine, du hast ja da auch so Lernen draus gezogen, so da irgendwie so deinen Charakter draus entwickelt. Ja. Und Mike ist halt, also Zavix ist halt derber Humor, steht für derben Humor, steht für derben Charakter, der auch, ich sag mal, wehtut, so. Ja. Ja, aber, ähm, ich glaube, es ist trotzdem in einem Rahmen, wo man sagen kann, das ist noch menschlich, weißt du? Oder es ist, also ich sag's dir, wie es ist, ich bin in den letzten zwei Jahren, wo wir uns auch nochmal kennen, äh, das hat meine Freundin auch letztens mir gesagt, ich bin auf jeden Fall viel ruhiger geworden. Ja, deutlich. Also ich hatte, ich hab abgefunden Humor und so, und das fühlt auch nicht jeder, das check ich auch, muss auch nicht. Ja. Aber ich merk's so bei mir, ich bin auf jeden Fall nochmal jetzt in den letzten zwei Jahren von 23 bis jetzt 25, auf jeden Fall ruhiger geworden, Alter. Das ist crazy. Wie nimmst du das, warst du noch so viel Gegenwind von damals? Also, was, was dieser, ich weiß ja noch die Zeit, wo unter anderem ich dir auch empfohlen habe, oder die Sache nahegelegt habe, drüber nachzudenken, nicht sogar den Namen zu ändern. Hab ich auch sehr viel drüber nachgedacht, hab ich auch zwischenzeitlich versucht, aber es hat mich immer wieder zu diesem Zavix-Pseudonym zurückgebracht. Ich hieß ja vor, du hättest inzwischen auch so Soulie, hab ich so auch so, da hab ich eine ganz andere Schiene versucht. Und dann ist der Rapper gekommen? Ja, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht. Ja, ja, da gab's die noch, glaube ich, noch nicht. Also, das ist, ich weiß, irgendwann hab ich den gesehen, ich hab mir so, der blöde Wichser hat mir den Namen geklaut. Aber das war irgendwie, das hab ich irgendwie ein halbes Jahr gemacht. Also, es war immer so, so auf Cringe, ich hab immer versucht, so verschiedene Charakter zu spielen und hab ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Und ich hab nie, also, ich konnte nie irgendwas durchziehen, so YouTube-technisch, und ich hab nie irgendwie meine Nische gefunden. Bis 2019 Twitch. Als ich umgezogen bin, Internet hatte, dann hab ich mit Twitch angefangen. Und da hab ich dann so... Hast du da noch in Kiel gelebt? Ja. Weil du warst ja zwischenzeitlich in Kiel. Ja, ich komm aus dem Vorort. Also, ich komm halt aus, nicht direkt aus Kiel, sondern aus dem Vorort. Und 2019 bin ich wegen der Ausbildung nach Kiel gezogen, direkt in die Innenstadt. Digga, direkt an die Bergstraße, schaut aus, geht raus, das war auch wild. Aber welche Ausbildung war das? War das die... Mediengestalter, Bild und Ton. Nicht die Anwalt. Nicht die Anwaltsgeschichte? Nein, die ist noch viel früher. Das war zu meiner Prime-Meinungsblogger-Zeit. Alter. Deswegen hab ich mich auch so gehasst. Dann bist du in die Anwaltskanzlei gegangen, als Rechtsanwaltsgehilfe. Ja, das war nach der Realschule. Oh, Bruder, wann war das? Das müsste... Oh, 2015, 14 gewesen sein? Oh, müsste es, ja. Also, da war ich auf jeden Fall... 14 müsste es gewesen sein. Also, wenn du in der Normalzeit, wenn du nicht sitzen geblieben bist oder so. Ja. In der Normalzeit, dann müsste es 14 gewesen sein. Ich war 16 oder so, ja. Aber 2012 bin ich von der Realschule ab. Dann bist du ja zwei Jahre nach mir sein. Ja, kommt hin. Und kommt hin. Das war auch der Anwalt, wo ich in den Ankenkeller reingewext hab. Ehrlich? Ja. Du bist also geisteskrankt. Oder das ist vielleicht... Du bist ein schäbiger Mensch gewesen. Bin ich auch, ja. Bin ich auch gewesen. Ich war wirklich ein Dreckmensch. Aber der hat das auch verdient. Du musst dir vorstellen, ich komm frisch aus der Realschule. Ja. Ich bin 16, Bro. Und ich glaube auch, auch wenn sich das dumm anhört, aber ich glaube auch, dass ich diese Meinungsblog-Videos und so gemacht hab, Leute im Internet angepisst hab, weil ich IRL nichts zu melden hatte. Das war mein einziges Ventil, wo ich mich so, boah, jo, ich stell mich so über den und ich dis den jetzt mäßig. Ich war ja im Real-Life, Digga, ich wurde einfach krass gemobbt und war kacke. Ja. War einfach kacke, die Schulzeit so. Und dann bin ich nach der Realschule als 16-Jähriger, Bruder, weil ich mich nicht beworben hab, einfach zum Anwalt gegangen, weil das der Einzige war, der mich angenommen hat. Digga, das war ein aggressiver Choleriker. Ich hab 120 Kilo gewogen. Das war so eine schlimme Zeit. Ich glaub, da war ich, also so, da hab ich oft drüber nachgedacht, nicht auf Ernst das zu machen, aber da hab ich so drüber nachgedacht, Digga, was wäre, wenn ich mich jetzt ausknipsen würde, wenn wir jetzt jucken? Das war richtig hart. Was war das an dem Punkt schon? Also so weit was. Ja, aber also nicht, dass ich jetzt wirklich gesagt hätte. Naja, also das ist, ja. Aber, Digga, das war richtig schlimme Zeit. Oh, Bro. Wo auch meine Mom jeden Tag geweint hat und so, weil ich, Digga, ich war kompletter Marsch. Also ich hatte keinen Bock mehr auf meinem Leben. Gar nicht. So ich stand manchmal morgens vor der Kanzlei im Regen, hab einfach geheult, weil ich nicht reingehen wollte. Digga, das war crazy. Und irgendwann. Aber hat sich doch gut gewendet. Ja, voll, 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 voll. Und irgendwann so, nach anderthalb Jahren, Digga, ist der halt irgendwann ausgerastet. Du musst dir vorstellen, mein Job war halt, er hat was auf sein Diktiergerät gesprochen und ich muss das dann so mit so Pedalen abtippen. So die Anwalt schreiben. Wie Pedale? Du hattest so Pedale unterm Schreiben. Du konntest so das Diktat vom Anwalt so starten mit dem Gaspedal und stoppen mit einer Bremse. Ist das ein Ding? Ja. Und da musste ich so die Diktate tippen. Und irgendwann, er war eine Woche im Urlaub oder so und nochmal, ich war so 16, Digga, ich hatte gar keinen Plan vom Leben. Und dann, Bruder, und dann musste ich eine Stunde lang ein Diktat abtippen, wo er mich hatet, wo er mir sagt, wie dumm ich bin. Das hat er mir gesagt, so eine Stunde langes Diktat, wie dumm ich bin und wie minderbemittelt ich bin und das musste ich abtippen. Wirklich? Ja, und dann war so, du verarschst mich. Na, ich schwöre, ich schwöre. Wer, was ist das denn? Und dann habe ich das meiner Mutter gezeigt und dann hat sie gesagt, so, du hörst da jetzt auf, das geht nicht. Kurz davor habe ich noch irgendwann in seinen Ankenkeller reingewixt und dann habe ich gekündigt. Dann habe ich ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Dann habe ich meine Fachhochschulreife und so schulische Ausbildung gemacht, da habe ich meine Mediengestalter-Ausbildung gemacht und dann bin ich Fulltime-Streamer gegangen. Du hast bei der Mediengestalter-Ausbildung gemacht, war Bild und Ton, ne, also viel Schnitt, Schnitt, Audio und solche Sachen. Ja, genau. Eigentlich überwiegend war ich Tonatze und wir haben dann für Regional, Sat.1, RTL und so die Beiträge gemacht. Das war eigentlich eine geile Zeit, so geiler Job, aber hat man halt wenig verdient. Also die hätten mich übernommen für 1.8 Brutto oder so. Habt ihr dann immer so Beiträge für, weiß ich nicht, Explosiv oder was weiß ich. Ne, einfach fürs Regional-Magazin. Also Sat.1 Regional oder so, keine Ahnung, wir haben mal einen Beitrag über Hobbyhorsing irgendwo gemacht. Lübecker Weihnachtsmarkt waren wir auch mal, haben da was gedreht. Ich glaube, einmal wart ihr auf so einer, war das eine Landwirtschaftsmesse oder sowas? Ich habe einmal einen Beitrag gesehen, wo du auch selber vor der Kamera standest. Oh mein Gott, ja, das war Holzenhallen, diese Jagdmesse oder Outdoor-Messe. Junge. Ja, ja, ja. Das hast du mal irgendwann gezeigt. Und da habe ich richtig viel auf den Sack bekommen vom Redakteur. Warum? Also vom Chefredakteur. Also das Ding ist so, wir haben so einen Beitrag in Neumünster, den Holzenhallen. Schaut, das geht raus. Neumünster. Neumünster sagt man ja auch, also entschuldige ich den Wortlaut, aber sagt man bei uns auch das Arschloch des Nordens. Ja, Neufinster. Neufinster. Bruder, das war, auch da jeden Tag hinzumüssen, war auch die Hölle. Aber da war so eine Outdoor-Messe in dieser Halle und dann hat mich die Redakteurin gefragt, ich war ja eigentlich nur Tonatze, also ich hatte ja eigentlich gar nichts dazu suchen. Und dann meinte sie so, ey, ich finde dich witzig so, hast du Bock, dass du mit vor die Kamera kommst und wir so ein paar Sketche machen? Ja, safe, habe ich Bock. Ich wollte ja immer vor die Kamera eigentlich, ich wollte ja nie hinter der Kamera sein. Und dann habe ich das gemacht, das ist auch übel geil geworden, das Feedback war geil, das kam richtig gut an. Und dann kam so dieser Chef an und meinte so, Digga, ich will dich nie wieder vor der Kamera sehen oder es kracht richtig. Digga, und ich konnte es gar nicht fassen. Ich so, ja, aber ich wurde doch gefragt. Ich dachte, ich mache damit was Cooles. Also, nee, du bist Tonatze, bla bla bla, du bleibst auch hinter dem Tonmischer, ansonsten melde ich das deinem Chef und so. Ich so, Digga. Ehrlich? Du bist so auf die Stauze fiel? Ja, das war, keine Ahnung. Aber manche Leute waren da weird. Manchmal so Redaktionspenner, Alter. Ja, das ist halt sehr alter Schlag. Die machen halt, bis sie irgendwann raus sind oder abkacken oder so, machen die halt einfach nur dieses alte Fernsehen, so wie die das kennen. Also da ist nicht viel Platz für Neues, so. Ja, aber alle anderen fanden es cool, außer er halt. Außer er irgendwie. Außer er, ja. Jemand hat es irgendwie nicht so gefallen. Ja, aber er hatte der, ich frage, aber warum, warum hat er einfach nicht nur Humor dafür gehabt, wollte er einfach das klassische Jahre Fernsehen beibehalten? Ja, genau. Und er hat gesagt, Digga, du bist ein Ton-Azubi, du hast nichts vor der Kamera zu suchen. Egal, wie lustig oder cool das ist, es bleibt so, du hast nichts vor der Kamera zu suchen. Ach so, scheiße. Ja, ist es auch. Aber das hat auch jeder, also auch jeder junge Redakteur da gesagt, solange der da halt das sagen hat, wird man nie irgendwie sich weiterentwickeln können, so beitragstechnisch. Aber das ist halt altes Fernsehen, deswegen guckt es halt auch keiner mehr, Bro. Aber guck mal, Mike, du hast es dran vorbeigeschafft. Du hast es vor die Kamera geschafft, du sitzt jetzt hier in der Corner, Bruder. Bruder, das ist... Weißt du halt, was halt das Kranke ist? Wer hätte gesagt, hättest du dir vorstellen können, vor, sagen wir mal drei Jahren, dass Zabex, wenn man Zabex eintippt, man etwas in der ARD-Mediathek finden kann? Bruder, ich kann mich noch... Ich kann mich noch... Nee. Nee, wirklich nicht. Deine Mutter kann halt Deadass in die ARD-ZF-Mediathek und diese Folge angucken. Der hat das so krass. Du musst dir halt vorstellen, als ich so in... Also ich habe das ja immer unerfolgreich gemacht und für mich war das der größte, also seitdem ich so Beyblade-Video schon gemacht habe, das größte Life-Goal, da irgendwann mal ein bisschen Kohle mit zu verdienen, geschweige denn davon leben zu können. Ich war jetzt auch in Kiel. Ich war irgendwann mal, 2019 oder so, war ich so irgendwie besoffen allein in meiner Wohnung und habe einfach irgendwann so random geheult, weil irgendwie, keine Ahnung, Ausbildung lief zu dem Zeitpunkt nicht. Ich dachte mir so, Digga, was machst du mit deinem Leben? Ist das so das Leben, wie es jetzt mein Leben lang sein wird? Muss ich das jetzt mein Leben lang machen? War das so eine regelmäßige Zuflucht? Also so, keine Ahnung, dass du wirklich alleine saßt und so gesoffen hast? Ja, habe ich leider sehr viel gemacht. Auch so in so Trennungsphase. Ich habe sehr viel getrunken, auch sehr viel allein. Es gab eine Zeit, da war ich jeden Tag im Stream voll. Digga, das war krass. Ja, ich glaube, zu der Zeit habe ich dich auch sogar kennengelernt. Das war so zu der Zeit. Das war die Zeit, wo ich so abgenommen habe. Ja, Digga, das war krass. Da bin ich komplett los. Das ist jemand, der viel Seufd abnimmt. Aber hast du auch einfach wenig gegessen? Ich habe nichts gegessen. Sehr viel geraucht und nichts gegessen. Ich habe legit morgens vielleicht mal eine Banane oder so. Habe einfach nur gesoffen. Auch Whisky pur. Nicht mal Bier oder so, einfach Whisky pur rein in den Kopf. Das ist hart. Ja, aber da bin ich los. Also Hard Alk trinke ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt Dezember mal so einen Glühwein oder ein Bier. Ja, der ist ja auch nichts bei. Ich glaube, die Dosis macht das Gift. Das ist ein klassischer Montessatz. Aber trinken an sich eigentlich fast gar nicht mehr und vor allem nicht allein. Also wenn du an einem Punkt bist, wo du halt wirklich alleine dich besäufst. Ich habe es ja nicht mal für den Geschmack gemacht. Ich glaube, das ist der erste Punkt, wo es schon problematisch ist. Ich glaube, das ist schon eher der zweite oder so. Das ist schon einer weiter. Nee, aber an dem Punkt, wo du sagst, ich sitze jetzt alleine. Es geht jetzt nicht darum, irgendwie mal so ein Feierabendbierchen oder sowas mal zu trinken. Ja. Und wenn du alleine wohnst, dann kommt das einfach so zustande. Wenn du das jeden Tag machst und so eine Routine kriegst. Ja, das ist die Regelmäßigkeit. Aber wenn du dich alleine hinsetzt und dir halt wirklich, ich sag mal, ordentlich die Batterie abklemmst, dann ist das halt schwierig. Ja. So. Aber es ist halt easy, dass du so, also es ist krass, dass du so gut von weggekommen bist. Ja, aber da hat mich auch meine Freundin rausgeholt, muss ich sagen. Also es war so, als ich so mit der zusammengekommen bin, hat sich mein Leben irgendwie geordnet mehr. Irgendwie, muss ich sagen. Das ist auch so geil bei euch, weil deswegen findet das, glaube ich, auch so. Ich meine, Jules, deine Freundin, ist ja, wir sind ja alle, also wir sind ja schon jetzt eine gute Weile so befreundet. Ich kannte euch ja auch schon weitaus krank, diese Story, wie ich Julia, also ich kannte Julia ja schon lange, bevor ich dich kannte. Ja. So, ich war mal bei ihrem Podcast, als ich so Meinungsblogger war und da habe ich damals so erzählt, habe ich gerade mal irgendwie einen Monat gehabt, wo es gut lief, weil ich irgendwie gedisst habe und dann hatte ich mal so eine 400 Euro YouTube-Auszahl und meinte so, boah, voll cool, wenn man davon mal leben könnte. Also richtig cringe. Dann hatte ich mit ihr gar keinen Kontakt über Jahre, dann habe ich dich kennengelernt, bin durch dich in diese Freundesgruppe rein und sie saß dann irgendwann im Discord, Bruder. Komplett verrückt. Das war full circle. Also du musst dir ja vorstellen, ich bin ja ein Komplett, um auf deine Frage von eben zurückzukommen, ich bin ja einen komplett normalen Weg gegangen. Also ich bin, ich habe eine Ausbildung gemacht, war kacke, habe die abgebrochen, dann Schule, eine auf den, so dann nochmal drei Jahre Ausbildung für 400 Euro im Monat. Also ich bin ja, komme aus einer komplett normalen Familie, die damit gar nichts zu tun haben und ich habe den komplett normalen Weg gemacht. Für mich, Bro, für mich war das so ein weit entfernter Traum. Das war so, ich dachte, das bleibt für immer so ein Dream. Ich habe das immer so nebenbei gemacht, so auch dieses Stream. Ich habe angefangen, keine Ahnung, ich hatte fünf Viewer oder so. So und ich hätte, also hättest du mir vor, keine Ahnung, drei Jahren gesagt, yo, ich sitze jetzt hier in Köln, ich wohne in Köln, sitze hier mit dir im Podcast, so und keine Ahnung, habe gerade auf fucking Twitch 3500 Abonnenten, hätte ich mich ausgelacht. Digga, das ist, also for real, das hätte ich niemals gedacht und das ist so, keine Ahnung, ich finde so, ey, wenn ich das schaffe, dann kann es jeder schaffen, Digga, das ist wirklich krass. Ja, ich, nein, Maik, ich glaube, ich glaube, da machst du, ich glaube, da machst du dich ein bisschen kleiner, als du bist, Bruder, weil ich bin nicht der Meinung, dass es jeder so schaffen kann. Ich meine so seine, nicht dieses Streaming-Ding per se, sondern seine, also nicht so möglich, so mäßig. Ja, natürlich, ja, ja, an sich ja, aber manche Sachen sind schon unmöglich. Ja, ja, manche Sachen, aber. Bruder, du wirst kein Profifußballer mehr. Nein, ich sowieso nicht. Nein, 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 aber ich habe auch eine Knieverletzung, sonst wäre ich es vielleicht geworden. Warum? Knieverletzung? Das war nur ein Witz, das sagen doch immer alle. Wer das Kreuzfahrt nicht durchgeschossen, wäre ich Profi jetzt. Ja, ja. Ja, damals Leverkusen-Jugend, du weißt. Auf jeden Fall, was mich immer interessiert bei diesen ganzen Meinungsblogger-Sachen, weil ich sage mal, es ist ja schon kontroverser Content, auch von der Art und Weise, wie man sich ausdrückt und, ich sage mal, wie man die ganze Geschichte angeht, ne, man geht ja aktiv gegen Personen gegen, was ja fast schon so teilweise Mobbing-Character hat. Cool, ja. Wussten deine Eltern von dem, was du konntest? Ja, und die fanden es todescheiße. Also jetzt, aber was, war das nie, also wie wurde das diskutiert bei euch? Bro, meine Mom, also die haben mich einfach irgendwie immer machen lassen, so. Ja. So, meine Mom hat das irgendwann mal gesehen und die, die hat mir auch, also meine Mom ist auch immer ehrlich da, die hat mir das nicht verboten oder so, was soll sie auch machen, so. Aber die hat halt gesagt, sie findet das scheiße, dass ich ständig da, meine Mom ist auch immer sehr ängstlich, die dachte noch, wenn ich da mal an den Falschen gerate, dass der auch einfach mal mein Leben fickt, kann ja auch passieren. Ja, ja. So. Aber ich war jetzt nicht, also ich war nie jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die sind jetzt so sehr viel in der politischen Richtung unterwegs, das war ich nie. Also, guck mal, das Ding war bei mir immer, ich dachte so. Du bist auch viel so doof hier. Ja, full, 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 full. Und das ist so, aber das ist jetzt mal ein Real Rap, sag ich dir, wie es ist, wenn ich, und das habe ich so auch als Content Creator gelernt und da sollten auch einfach mal viele Menschen sich irgendwie ein Beispiel dran nehmen, finde ich. Digga, wenn du keine Expertise zu irgendwas hast, halt einfach mal deinen Maul. Das ist sowieso so ein Ding, wo ich mich, das habe ich auch, ist so ein Learning, glaube ich, was jeder macht und ich glaube, das kriegst du gerade so in deinen Mid-20ern so richtig rein. So, wenn du in diesem Öffentlichkeitsding so stattfindest, und das tun wir ja, wir stellen uns ja absichtlich in die Öffentlichkeit. Wohl, wohl. So, dass du dann ab irgendeinem gewissen Punkt halt einfach mal dich in so Zurückhaltung übst, so. Ja. Weil ich weiß nicht, also du bist ja deutlich ruhiger geworden, ich merke es bei mir auch, dass ich deutlich, gerade mit dem Format, bin ich krass zurückhaltender geworden, weil ich persönlich das auch fast schon ein bisschen charmanter finde wieder. Ja, und es ist, also ich finde so, unser Humor ist halt noch so gleich geblieben, das finde ich auch geil. Ja, natürlich. Aber man weiß vielleicht einfach besser einzusetzen, so, weißt du, das ist halt. Wir haben uns ja als Charaktere grundsätzlich großartig verändert, würde ich sagen. Nö. Ja, wie du schon meinst, oder so, man ist halt einfach ein bisschen bedachter und ruhiger geworden, das ist ja auch wichtig, also man wird ja auch älter, so irgendwie. So, und vielleicht, vielleicht in vielen Dingen weniger naiv. Ja. So, und das ist halt, das macht die Szene, macht auch dieser Beruf, aber ich glaube, das ist was, ein wichtiges Learning daraus, dass du nicht jeden irgendwie, dass du nicht auf alles sofort immer anspringst. Ja, safe. Es war ja auch, also keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die einen dann irgendwie auf TikTok mal jetzt dissen oder irgendwie, was weiß ich, im Streamer über einen labern, aber das ist mir völlig egal. Also so, aber das habe ich schon lange nicht mehr, dass mich sowas provoziert oder so, dass du mir wirklich lagst. Nee, 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 nee. Und ich denke, da bist du auf einem mega guten Weg, auch von der allgemeinen Entwicklung her. Müssen wir mal ein bisschen dann weiterspinnen. Du bist dann irgendwann nach Köln gekommen. Anfang des Jahres, ja. Oder letztes Jahr Februar, wenn ihr das hört, ja. Ja. Ja, stimmt. Vor fastem Jahr. Du musst ein bisschen umdenken, weil wir ja jetzt zwischen den Jahren sind. Safe, ja. Das krasse Jahr habe ich schon passiert. Das ist crazy. Bruder, wenn ich, guck mal, die Zeit, du warst ja, wir haben uns ja kennengelernt, aber habe ich noch in Stuttgart gelebt. Warst du nicht? Ich glaube, du bist, wir kannten uns schon bevor. Oder ich bin gerade nach Stuttgart weg. Ja, wir kannten. Ich glaube, du bist kurz davor, haben wir uns kennengelernt. Ja, kurz davor und dann kam noch die Story, wo du umgezogen bist, den Spiegel abgefahren hast. Müsste 2020 gewesen sein, 2020 bin ich umgezogen. Ja. Ich glaube, wir können uns, also 2020 bin ich auch wieder von der Kieler Wohnung in mein Elternhaus mit meiner damaligen Freundin gezogen. Ja. Ja, und da, gerade da, als wir da frisch drin waren, haben wir uns so mäßig kennengelernt. Safe, safe. Und in dem Dreh haben wir uns kennengelernt und ich bin jetzt mittlerweile auch, hatte ich letztens, letzte Gedanken, ich lebe jetzt schon länger in Köln, als ich in Stuttgart insgesamt gewohnt habe. Boah, krass, ja. In Stuttgart war ich anderthalb Jahre, in Köln bin ich jetzt über anderthalb Jahre. Crazy, Digga. So, und das ist insgesamt drei Jahre, kommt hin. Wir starten jetzt in 2024 rein, das ist halt krass. Das ist krass, ja. Aber das Jahr ging auch geistkrank schnell um, ne? Im März bin ich dann zwei Jahre schon in Köln. Ja. Das ist für mich so ein absurder Gedanke, dass auch mit dieser ganzen Corona-Zeit, wie, es ist jetzt erstmal wieder schon ein Jahr her. Ja. Und wie schnell das auch wieder, also diese Hauptzeit mit den großen Restriktionen und sowas, dass wir das hatten. Und, äh, wie lang dieser Zeitraum eigentlich war, wir hatten da zwei Jahre halt mit zu tun. Ja. So. Und du musst ja auch mal überlegen, wir haben eine globale Pandemie mitgemacht. Das ist eigentlich krass, wenn man sich das überlegt, ne? Die Zeit war ja absurd. Digga. Das war wirklich krass, ja. So, was ist, äh. Aber ich hab's auch ohne Scheiß, auch wenn sie's dumm anhört, ich hab irgendwie diesen Lockdown, wo jeder einfach mal drinnen geblieben ist, auch irgendwie enjoyed. Ja. Auf eine weirde Art und Weise. Und ich denk mir die ganze Zeit, Digga, hätt ich da mit Streams durchgezogen, krank. Bruder, ich sag dir, zu der Zeit, wo ich dann da gestreamt hab, das war das, ich hatte so, ich glaub, das war mitunter Teil meiner Prime, Alter. Ja. Was war deine Prime auf Twitch? Meine Prime auf Twitch war, bruder, er hat safe dran geschuldet, dass ich, ähm, da viel mit Monte gemacht hab, das müsste so 2019 gewesen sein. Was hast du da so Viewer-mäßig am Start? Boah, Stream angemacht, so vor tausend Leute da. Boah, krass. So, das war aber noch eine andere, das war ein bisschen andere Zeit, ne? Wir reden hier von vor vier Jahren. Ja. Vor drei, vier Jahren. Das war noch, das war noch richtig, also das war echt geil. Das hat auch echt Spaß gemacht. Da kam auch so Animal Crossing und so ein Scheiß. Ja, tschau. Boah, Junge, da bin ich, da bist du ein Cozy-Game auch immer ein bisschen. Ja, ja, also ich glaube, das Ding bei mir bei Twitch war, weswegen ich dann ja letztendlich auch aufgehört hab, war der Punkt, dass mein Stil zu streamen einfach irgendwann nicht mehr so gefragt war. So, ich glaube, dieses Cozy-Stream, da muss man wirklich dann die Dedication für mitbringen und ich glaube, mir war im Unterbewusstsein immer klar, dass Twitch nicht mein Hauptding sein kann. Check ich, ja. So, ich glaube, es ist immer irgendwie, sollte immer irgendwie woanders hingehen. Ob es jetzt Hank's Corner ist, weiß ich nicht. Bisher fühlt sich das alles so sehr danach an, dass es eine Richtung ist, die mir sehr gut gefällt. Ja, kannst du auch gut, Digga. Kannst du auch gut. So, ich meine, ich enjoy das total. Ich finde es ultra geil, auch, dass es alles so jetzt so hingehauen hat. So, das ist richtig, richtig großes Glück. Aber wir schauen jetzt halt irgendwie weiter. Ja, weil da denke ich auch sehr viel drüber nach in letzter Zeit. So dieses, also ich finde es so zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein oder auch so ein bisschen dieses Ding Glück, das gehört immer mit dazu. Egal, wie krass du jetzt als Content Creator bist oder wie lustig du bist oder so. Also ich denke da actually sehr oft drüber nach so, weil ich halt weiß so, wie krass ich das damals gewollt habe, wo ich jetzt bin und jetzt ist es einfach da so. Und jetzt hat man andere Probleme auch manchmal, aber trotzdem, das ist so krass. Zum Beispiel hätten wir uns damals nicht kennengelernt, so dann wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht in Köln vielleicht. Oder auch so, guck mal, ich bin ja nach Köln gegangen dieses Jahr und ich war super depressiv, bei mir lief richtig kacke, als ich hergekommen bin. So und ich bin ja nach Köln gegangen, dachte mir so, hier wohnen jetzt alle Leute, so hier wohnen alle Streamer, ich kenne alle, ich gehe jetzt nach Köln, wird geil. Bruder, ich bin hierher gekommen im Februar, ich war so major depressiv, meine Zahlen waren katastrophal. Ich dachte mir so, okay, scheiße, ich wohne jetzt ein halbes Jahr in Köln, dann ist mein Erspartes aufgebraucht und dann gehe ich pleite wieder zurück zum Mutti. So und irgendwann, so Rewi war actually einer der Ersten, der mir so die Hand gereicht hat in Köln, mich zu seinem Format einfach mal so eingeladen hat. Und dann bin es halt auch, ist ein Bruder. Digga, also Rewi, auf den lasse ich nix kommen, auch wenn da irgendwie so diese, ja, Rewi und so, dies, das, ananas. Das hatte ich ja, hatte die Rewi-Folge, es war ja eine der Letzten vor quasi der Funkänderung. Ja. So und Rewi ist für mich so ein Charakter, auch würde ich fast sagen, wie Felix, das ist auch ein Thema, worüber wir gleich noch quatschen können, wie Felix einer, der krass missverstanden ist. Ja, so diese Insider machen sich selbstständig immer. Also ich checke Content-wise, aber es hat so eine Unverhältnismäßigkeit bekommen. Ja. So dieser Rewi-Hate, da hat er auch selber mal drüber, schon häufiger jetzt drüber gequatscht. Rewi ist abseits dessen, ob man jetzt den Content gut findet oder nicht, einer der konstantesten Persönlichkeiten in diesem Game und ich glaube einer, der immer in irgendeiner Art und Weise präsent sein wird und auch so Down-Phasen einfach krass überstanden hat. Und ich finde, das macht die krassen Creator, wie wir sie heutzutage haben oder wo wir sagen, okay, das sind die Legenden der Szene. Einen Simon Unge, einen Rewi, schieß mich tot. Das sind Leute, die es geschafft haben, aus dem Down, weil dieses, du hast natürlich immer einen Hoch, das ist da, wo sie alle riesig groß werden, wo sie alle komplett poppen. Aber danach kommt immer ein Drop. Aber das hast du auch in unserer Größe. Also das wäre immer krass. Ich hatte ja tausend Drops. Und dann hast du diesen Drop und diesen Drop, da noch irgendwie den Shit beisammen zu halten und das quasi zu überstehen und wieder so zurückzukommen. Und das hat, wie gesagt, das hat jeder Creator durch. Denken wir an Kevin. Da habe ich schon die legendäre Vlog-Phase. Und da war die Vlog-Phase unter anderem eine. Comeback, jetzt, also keiner reißt gerade so ab auf Twitch. Keiner reißt gerade so ab. Er hat meilenweit Vorsprung. So, und der hat, das ist ein Level an Qualität, was er halt Stream-Content-mäßig raushaut, was insane ist. Auch den Simon Unge. Da ist das erste Mal, dass ich so richtig beeindruckt war, wie einer, eine Situation, in der war, wo der Unge-Kanal oder so Ungespiel-Kanal so ein bisschen gedroppt ist, wo ein bisschen Zahlen wenig oder wo die Zahlen ordentlich runtergehen. War das vor dieser Unge-Klickt-Dings? Genau, das ist halt, ich glaube, das war einer der größten Genie-Streiche, die ich je gesehen habe. Da kam er dieses Milch als Gift. Dann hat er ordentlich dafür auf die Fresse gekriegt. So, und dann kam... Was war das dann? War das einfach ein Troll oder hat er es ernst gemeint und hat so getan? Also das heißt, ich kann mich daran erinnern. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Er sagt im Nachhinein, das war Troll. Hab ich auch einen Meinungsblock drüber gemacht. Und ich würde es ihm sogar zutrauen. Ich würde es ihm sogar zutrauen. Und dann aber dieses Smart mit dieser Idee, um die Ecke zu kommen, zu sagen, hey, also diese Innovation zu haben. Es gibt diesen React-Trend schon länger in den USA. Ich mache das jetzt einfach mit Livestream in Deutschland. Ja. Und das wurde ja teilweise, das wurde ja von Anfangszeiten, wurde es ja fast schon runtergeredet, gehatet. Ja. Selbst, musst du dir mal vorstellen, selbst ein Gronkh, der sich ja im Nachhinein dafür auch entschuldigt hat, hat sich da im Stream drüber lustig gemacht. Leute reacten, Leute reacten. Und heutzutage ist das so... Ja, natürlich, aber weil es auch ein gefragter Content ist. Ja, es funktioniert gerade arschgut. Und es ist eine klassische, einfach eine solide Form des Contents, wenn es dann auch gut gemacht ist. Also wenn du wirklich deinen guten Input zu liefern kannst, sind Reaction-Videos gar nicht mal so verkehrt. Und auch ein Gronkh reactet jetzt mittlerweile. Safe. So, und das ist halt so krass, das so zu sehen und direkt mit dieser Wave das Comeback des Jahrhunderts hinzulegen und dann seine erfolgreichste Zeit überhaupt zu haben mit Reaction-Videos. Das war so ein Ding, wo ich sage, Alter, Simon, holy shit. Der hat ja dumm und dämlich damit verdient. Das ist krass. Voll. Voll ins. Aber er hat es auch gut gemacht. Aber guck mal, selbst wenn du Reactions machst, also fang mal jetzt von Null an mit Reactions. Kein Schwanz guckt das. Kein Schwanz guckt das. Selbst wenn du etabliert bist, du lädst zum Beispiel eine Reaction auf YouTube hoch. Ja. Also es guckt, wenn ich jetzt eine Seven vs. Wild-Reaction hochlade auf einem Kanal, der 20.000 Abos hat, es juckt keinen Schwanz. Es juckt halt wirklich irrer Charakter sein. Ja. Aber das ist auch so wahnsinnig überladen mit Reaction-Videos. Ja, weil es jeder halt macht. Ja. Und das ist halt, das ist auch so ein bisschen die Dynamik der Szene und ich glaube, alles kommt irgendwie in irgendeiner Art und Weise wieder zurück. Ob größer oder kleiner, weiß ich nicht. Nämlich sagen wir so Sketch-Comedy-Videos wie Varian das beispielsweise gemacht hat. Das war ja zeitlang tot. Ja. Das war ja zeitlang richtig tot. Ja, ja, ja. Und durch Varian wieder, so TikTok dann vereinzelt, hattest du noch so Sketch-Comedy-Geschichten. Aber sonst war diese Sparte auf YouTube, in YouTube-Deutschland im Speziellen, so gut wie Dad. Was glaubst du, was wird das nächste, also was wird jetzt so dieser nächste Hype, also nächstes Jahr? Ich bin immer so gespannt am Ende von dem Jahr, was kommt so nächstes Jahr? Was ich glaube, was zurückkommt. Ja, und was, oder was wird so ein, wird es ein Game geben, so Fortnite-mäßig, wo man dann wieder... Ich glaube, sowas kommt wieder, ja, ich glaube, so ein Game kommt wieder und ich glaube, das nächste, was zurückkommt, ist, dass der Daily Vlog so eine Renaissance kriegt. Also jetzt, wir reden, ich rede jetzt nicht davon, ich rede nicht davon sozusagen, okay, hier ist meine Woche, ich fahre auf Events so und so. Und drehe einen Vlog davon, sondern Daily Vlog. Daily Vlog, Long-Form-Content, ich glaube, das kommt wieder. Boah, das wäre geil. Checkst du Casey Neistat, hast du den mitbekommen damals? Also ich kenne ihn jetzt. Das war so ein New Yorker, New Yorker-Vlogger. Nee, das kenne ich nicht. Dadurch ist er big geworden? Ja. Ehrlich? Also Casey Neistat ist... Achso, aber nicht Casey Ned, dieser... Nein, 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 es gab Casey Neistat und es gibt K-Sennet. K-Sennet ist ja der Twitch-Streamer. Ja, genau. Aber Casey Neistat, das ist ein Videograf aus New York, müsste von der Zeit her so 2000... Oh, korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, ich meine 2016, 17 in dem Dreh gewesen sein, wo auch Felix von der Laden Vlog Prime war. Ja, boah, Bruder, YouTube hat so verrückte Zeiten schon... Ja, 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 und der war dann halt international, da gab es noch einen, das war ein Brite, Fun von Louis, der ist wirklich nur gereist, das war so ein Typ mit Dreadlocks, der ist nur gereist die ganze Zeit, das war aber noch ein bisschen früher, ich glaube 2014 und da ist Casey Neistat, hat mit dem so ein bisschen connected und hat selber auch mit Daily Vlogs angefangen und hatte so eine geile pragmatische Ästhetik, dass das gepoppt ist wie Sau und wurde einer der krassesten. Ich glaube, dass dieses Daily Vlog-Ding auch, dass vielleicht dieses Überprofessionalisierte, guck mal, jeder hat jetzt einen Kameramann, jeder hat Mitarbeiter, auch die deutsche Szene hat sich krass professionalisiert. Ja, aber ich finde, ich finde das so, gerade auf YouTube, also ich gucke mir lieber so amateurmäßig Content an, als wenn du mit einem Kamerateam durch die Gegend läufst. Und ich glaube nämlich, dass das wiederkommt. Ja, ich hoffe, ich finde das viel geiler auch, also ich finde zum Beispiel auch, wenn Streamer, habe ich schon immer gesagt, so ich feiere so Greenscreen zum Beispiel nicht und wenn so jemand so ein richtig fettes Studio hat, ich finde so dieses Streamertun geht dadurch verloren. Ich finde es geiler, wenn es ein bisschen, der gar mal im Hintergrund ein bisschen unordentlich ist oder einfach mal, man sich mehr damit identifizieren kann. Genau, genau. Das finde ich geiler irgendwie. Ich fand das beispielsweise bei Kevin immer nice. Ja, safe. Und stell dir mal vor, er sitzt in so einem komplett cleanen Studio, ist doch scheiße. Weil er das auch, und ich glaube, das ist auch mal die Art und Weise, wie bei ihm dieser Just Chatting-Konto funktioniert, dass er mal aufsteht, dass er durch sein Zimmer läuft und irgendwas erzählt. Das finde ich so, das war immer so geil bei ihm. Ja. So, und ich glaube, das ist so viel näher am Konsumenten dran, als irgendein krass aufgemaustes Studio, was so aussieht, als würdest du gerade irgendwo in der Pathologie sitzen. Safe. Weißt du, wieso? Das ist so, es gibt da teilweise so Studios. Natürlich sieht das krass aus, aber guck dir beispielsweise Monte an. Monte sitzt jetzt mittlerweile, sagt er ja selber, der sitzt jetzt an seinem kleinen Setup, was er sich da eingerichtet hat, wo seine Playbuttons im Hintergrund hängen. Ja, fähig geiler als im Keller. Anstatt da, dass er im Keller ist. Der Keller ist voll geil. Safe, ja. Der Keller ist ultra cool, aber er sagt selber, er enjoyed es viel krasser gerade, in diesem kleinen, normalen Setup zu sitzen. Safe, ja. Weil es auch irgendwie, ich glaube, es ist einfach so vom Vibe her viel chilliger. Safe, ja. Als wenn du in so einem Büro sitzt. Und ich glaube, das ist das auch, was ich immer bei Mainstream-Sachen immer viel, oder bei Mainstreams damals, worauf ich immer viel mehr geachtet habe, dass es irgendwie cool aussieht. Safe. Dass es trotzdem noch aussieht, als würde ich hier wohnen, was auch so ist. Ja. Und ich denke, da ist man dann irgendwie auf einem guten Nenner. Ja, da bin ich gerade bei meinem, also mit meinem Setup bin ich auch nicht so 100% zufrieden. Du hast da so eine kleine Muckelecke. Ich habe da so eine kleine Muckelecke. Die finde ich auch süß so. Es geht auch in der Bude nicht anders. Aber ich glaube, wenn man jetzt irgendwie nochmal eine größere Wohnung zieht und so, hätte ich auch Bock, ein bisschen mehr so, ja, das ist ein bisschen mehr so. Also ich fand zum Beispiel mein altes Setup richtig geil im Nachhinein. Mit der Couch im Hintergrund, so, das war schon geil. Boah, das war auch geil. Ja, das war schon nice. Ja, Luton-Tarren so ein bisschen rumgescheißert, so im Hintergrund. Das war geil. Das war schon gefühlt. Aber so entwickelt man sich weiter. Ja, safe, full. Kannst du dir doch vorstellen, irgendwo anders hinzugehen? Also Köln ist jetzt natürlich erstmal das Ding. Ja, Hamburg. Also ich glaube, Hamburg wird... War Ausland jemals eine Frage für dich? Nee, ne? Nee, da bin ich zu heimscheißer für. Ich war auch nie, also ich bin noch nie rumgereist. Also ich war mal in Prag auf Klassenfahrt oder mal in Amsterdam oder mal in Dänemark. So, das war auch geil so. Aber ich hätte eigentlich Real Talk, Mike, ich hätte mal Bock mit dir so eine Tour zu machen, wo wir richtig weit wegfahren. Irgendwie so was richtig Bescheuertes. So hängt man, hängt man und Mike durch Asien oder so einen Scheiß. Boah, hätte ich auch Bock, aber ich glaube, ich würde mich sehr überfordert fühlen. Ich war Anfang des Jahres mit Felix in Paris, weil wir da was gedreht haben. Selbst da habe ich mich überfordert gefühlt. Ja, ja, natürlich. Weißt du, wo ich richtig gerne mal hin würde mit dir? Digga, nach Norwegen oder nach Schweden. Sowas wäre richtig geil. Oder da sehe ich mich eher als Asien oder so. Mike, pass auf, Mike, weißt du, was wir machen? Na. Wir machen mal Deadass, so gehen wir mal für zwei Wochen oder drei Wochen. Aber dann lassen wir uns auch Zeit. Dann machen wir Streams. Machen wir Videos, Vlogs und so. Mike, alles gut. Sorry, alles gut. Wir wollen mal einen Schluck Miken. Und dann schachern wir einmal komplett durch Skandinavien durch. Übers Nordkap rüber. Norwegen. Ich schwöre, das ist geil. Wir nehmen Shorty auch noch mit. Shorty kann einer. Nee, den Weg nicht. Dann habe ich keine Zeit. Dann kommt Shorty nicht mit. Dann habe ich noch Zeit. Nee, aber sowas fände ich, ich habe mir sowieso gedacht, ey, ich will jetzt einfach mal auch so Sachen, einfach mal wieder mehr rumreisen, mehr erleben. Weil es jetzt auch einfach, ich habe jetzt gerade die Möglichkeit. Wir machen die Edeltour, aber wir machen die. Die Meicheltour. Die Henk und Meicheltour. Die Meicheltour. Die Meichmann. Henk Meich. Ich fände sowas eigentlich, Ulta, ich würde sowas total gerne. Das wäre ehrlich geil. Und ich hätte auch voll Bock, mal so Edeltour mitzukommen, Digga. Boah, ja, das wäre echt nice. Aber die fragen mich ja leider nicht, die Penner. Wurde es nicht mal du gefragt? Ich wurde nicht gefragt. Wurde es noch nie gefragt? Ich wurde noch nie gefragt. Obwohl du ja schon echt lange mit dem befreundet bist. Ich bin wahnsinnig lange mit dem befreundet, sieben Jahre. Hugo ist noch nicht so lange mit dem befreundet, der durfte mit zum Beispiel. Ich war vor Hugo da. Du warst vor Hugo da. Ja. Du durfst nicht mit Hugo schon. Aber leider ist Hugo bekannter als ich. Ja. Ich darf nicht so bad on Hugo talken. Hugo hat die erste Folge mit mir gemacht. Alles gut. Bro, Hugo ist wirklich Hugo so süß. Ey, ich liebe Hugo. Digga, aber auch, weil wir gerade bei diesem Ding bei Revi waren und so. Also, um da nochmal drauf zurückzukommen kurz. Also, dem bin ich sehr dankbar. So, als es richtig scheiße lieb. Er war der Erste, der so mich eingeladen hat. Ja. Und, keine Ahnung, so irgendwie, ich glaube, Revi ist es auch egal, was du für eine Reichweite hast und so Shit. Weil der ist einfach so, okay, wenn die Leute sagen, der ist lustig, da feiert er das. Und ich bin immer, wenn ich zu sowas eingeladen bin, ich bin immer pünktlich und ich bin immer so, also, wenn mich jemand fragt, man kann auf mich zählen. Und ich glaube, das feiern die Leute auch einfach so. Wenn man, weißt du, wenn man da für dieses Video, man gibt so 100 Prozent, man ist am Start, performt und man ist pünktlich, dass Revi nicht dieses Kopf gefickert hat, fuck, es hat schon wieder einer abgesagt, der ist jetzt auch nicht da. Genau, das finde ich schön bei Revi, weil Revi ist jemand, der fördert, der Potenzial sieht und der sich auch sagt, das Format an sich, weil es dieses Format ist, wird sowieso schon funktionieren. Ja. Und dann packt er lieber Charakter rein, die zuverlässig sind, wo er sagt, die kommen 100 Prozent nicht rum und die bringen einen Mehrwert mit rein. Und ich glaube, das sieht er halt bei dir, deswegen bist du auch so häufig immer mit dabei. Bro, aber auch zum Beispiel mit dem Kevin, da wollte ich jetzt auch noch zu kommen. Voll, natürlich. Digga, ich habe diesem Motherfucker so viel zu verdanken. Also guck mal, du musst dir vorstellen, nach diesem ganzen Reddit-Ding und so, ich habe mit Felix gerade irgendwas gedreht, ich sitze irgendwo in fucking Bonn in einer Shisha-Bar und chill da halt. Digga, auf einmal schreibt mir Kevin so, yo, hast du Bock, nächste Woche einen Kochstream zu machen? Digga, die können so handbreit auf mich scheißen. Und trotzdem sagt er sich, ich habe jetzt einfach Bock, mit dem zu kochen. Und das hat mir, also da braucht man sich ja nichts vormachen. Ich wäre nicht ohne so Leute wie Revi oder Kevin jetzt da, wo ich bin. Also allein durch dieses Shitgetalk on Stream, man ruft sich dann an, die Leute finden es lustig, so erst entstehen TikTok-Clips. Ja, klar. Oder dieser, das war auch ein Ding, wo es bei mir auf jeden Fall nach oben ging, was mich so aus diesem Loch geholt hat, war dieser Stream am Rhein im Sommer, wo wir gegrillt haben. Das war so geil. Das war auch krass, ja. Das war ein geiler Tag auch. Das hat richtig Spaß gemacht. Digga, mit Hugo, wo er noch rumkam, mit Stanislav. So und solche Kleinigkeiten. So und auf Kevin, Digga, lasse ich auch nichts kommen. Mittlerweile auch ein sehr guter Homie geworden. Und ich finde, keine Ahnung, was der abgerissen hat dieses Jahr, braucht man nicht drüber reden. Aber das ist halt auch so, dass der einen auf dem Schirm hat oder so, das fähig. Ich liebe halt diese Gruppendynamik, die wir allgemein haben. Und da ist egal, was du für Zahlen fährst oder so. Du bist halt einfach, ey, wenn du cool bist, bist du cool. Und das ist halt geil, Digga. Was ich halt feier, jeder gönnt jedem. Also es ist bei uns, wenn wir jetzt diese enge Bubble nehmen, Kevin, Rezmann, du, Felix, Nova, ich noch. So, es ist egal, wer was macht. So, es ist immer cool. Digga, Rezmann ist auch so ein wichtiger Charakter in meinem Leben geworden, Digga. Rezmann ist auch... Ja, Rezmann ist wirklich die Konstante. Ein richtig enger Kumpel geworden, Digga. Mit dem ich auch richtig... Also mit Rezmann kannst du auch chillen, ohne dass dich das so, sag ich mal, outdrained und du nur über Content und so redest. So, Rezmann ist wirklich so, Digga, auch ein sehr, sehr, realtor, ein sehr enger Kumpel geworden, mit dem ich super gerne chill, auch super gerne Content mache. Hat sich, ja, Digga, das Jahr hat sich einfach in eine geile Richtung entwickelt. So, man hat sich einfach einen geilen Freundeskreis so aufgebaut. Auch wenn ich unsere Discord-Calls manchmal vermisse. Boah, das war eine gute Zeit. Bis nachts um sechs. Das war schon geil, ja. Das war gut. Da haben wir gut was geschafft, Mikey. Fuck, Digga, das war eine geile Zeit. Ey, aber ich bin auch sehr gespannt auf nächstes Jahr. So, jetzt ist so das Fundament für uns alle gelegt. Oder auch bei dir, wo du jetzt bist, Digga, du hast dieses Podcast, bist bei fucking Funk, das ist doch crazy. Das ist halt, das ist halt echt, guck mal, wenn ich das durch da anzunehmen. Oder du hast ein Auto. Ja, ich hab jetzt ein Auto, Digga. Du hast einfach ein Auto und Mitarbeiter. Ich hab heute einen Mike mit einem Auto abgeholt. Ja, das ist wirklich, das ist schon, hat er zwei Wochen, ist völlig vollgemüllt schon. Nein, aber, das ist, Digga, wisst ihr was, Henke für heute, oh mein Gott, das war wirklich der befriedigendste Moment für mich. Heute hab ich mich gerecht, Bro. Du bist eigentlich ein scheiß Mensch, wenn man mal drüber nachdenkt. Das stimmt, ich erzähl dieses Story. Guck mal, Henke, doch, ich werd's jetzt erzählen. In deinem Podcast. Ja. Henke ist ein Mensch, du holst ihn zum Beispiel mit dem Auto ab und als Dank, du fährst ihn nach Hause, lädst ihn auf die Shisha ein, holst ihn ab, so einen auf den. Wisst ihr, was er als Dank macht? Der gibt dir kein Spritgeld oder gibt dir einen Kuss. Henke schmeißt dir als Dank eine leere Flasche Eistee in den Kofferraum. Ja. Oder seinen fucking Mini-Salami-Müll schmeißt er dir ins Auto oder lässt da irgendwo mal. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Nein. Bruder, du hast mal den fucking Kippenschachtel hinter meinem Fernseher geschmissen. Das stimmt nicht. Doch, als du das erste Mal in meiner Wohnung warst. Nein, nein. Das war Felix. Nee, nee. Das war Felix. Und das kotzt mich richtig an und heute hab ich mir im Kiosk ein Croissant gekauft, ich hab in deinen Kühlschrank den Croissant-Müll gelegt und das war richtig geiles Gefühl. Und jedes Mal, wenn ich hier bin, werde ich irgendwo ein Stückchen Müll verstecken. Aber Mike, ich liebe es auch, wie wir uns auf irgendeine Art und Weise immer noch asozial ärgern. Auch wenn wir schon Mitte 20 sind. Ja, du noch ein bisschen mehr als ich. Du bist eher schon Ende 20. Ich bin Mitte 20. Ja. Raus. Gehen wir gleich fertig. Gehen wir raus. Nein, Spaß beim Sitzen. Mike, pass auf. In jeder Corner, ja, gibt es am Ende... Darf ich raten? Du lässt mich jetzt mal ausreden. Darf ich ganz kurz raten? Lass mich ausreden. Gibt es am Ende das... Cornerbuch. Ja! Das Cornerbuch. Nein, warte, unser Check. Der geht andersrum. Zack. Es gibt das wunderbare Cornerbuch. Mike, freust du dich auf das Cornerbuch? Weißt du, was das Cornerbuch ist? Ja, das ist wie ein Freundebuch, aber nur für die Corner. Kann ich mal reingucken? Ich wollte immer mal sehen, wie das von innen aussieht. Du machst da übelst das große Geheimnis. Ja, natürlich. Darf ich einfach reingucken? Nein! Kannst du mir einfach ganz kurz zeigen? Nein! Nein, da darf keiner reingucken. Fähig scheiße. Warum? Hat da noch keiner reingeguckt? Nee, er hat noch nie mit reingeguckt. Okay, was... Hast du mal reingeguckt, Schordi? Was, wenn ich überfalle? Wenn ich überfalle nach dem Podcast, einfach das mitnehmen? Dann kommt, keine Ahnung, so ein Geist oder so. Okay, dann lasse ich's. Wir fangen an. Boah, ich hab so Bock. Ich bin sehr nervös. Bist du nervös? Ich weiß, es kommen richtig geile Antworten. Jetzt machst du ein bisschen Druck auf mich. Name Mike. Ja, mit A-I. Mike mit A-I. Ja. Ist verrückt. Ich finde, Mike mit A-I ist so ein norddeutschen Ding. Aber ich finde, vom Klang hört sich Mike so... Mike? Es gibt noch Mike mit E-I. Das finde ich noch schlimmer. Es gibt Mike mit E-I. Mit E-Y? Das ist aber so ein Slaven-Ding, oder? Weißt du nicht, aber hab ich schon mal gelesen. Aber Mike mit E-I, ich finde... Das sieht doch kacke aus. Ich versuch's immer so zu beschreiben. Mike mit E-I hört sich an, oder fühlt sich an, wie als wenn man so einen Igel ins Genick greift. Checkst du, wie ich meine? So... So Mike. Oder? Nee. Es ist auch voll. Ich finde, das sieht einfach scheiße. Das erinnert mich immer an ein Ei. Ja, Mike. Ja, das finde ich... Ich hab meinen Namen früher gehasst. Ehrlich? Warum? Ich fand Mike irgendwie richtig kacke. Ich finde, mit A-I ist es cool. Ja. Mittlerweile liebe ich den Namen und weißt, was das Geile ist. Und das hat sich bei uns in der Gruppe richtig etabliert. Du kannst jedes Wort mit Mike ersetzen. Ich Mike mir gleich einen. Ich Mike mir, Kohler Mike. Ja. Sag keine Marke, sag keine Marke. Ich hol mir gleich einen Mike. Du bist der letzte Mensch. Ich Mike mir einen Apfel vom Baum. Bin fertig. Hast du einen Spitznamen? Ich hatte zwei als Kind. Ehrlich? Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwergmüsli genannt. Bruder, und da bin ich richtig traurig. Wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe... Zwergmüsli? Ja, das war mein Spitzname. Keine Ahnung, woher das kommt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen. Mike Molto. Ist auch geil, oder? Mike Molto ist geil. Mike Molto ist echt geil. Scheiße, ich hätte mich so nennen sollen. Vielleicht nenne ich mich irgendwann um. Mike Molto. Ja. Ich wollte, dass mein Dad war einfach so Zwergmüsli oder Mike Molto. Aber Zwergmüsli ist süß, Digga. Oder? Wie kam man auf Zwergmüsli? Weiß nicht, das war einfach so ein Zwergmüsli einfach. Das war so ein Ding. Du bist auch Müsli, Digga. Zwergmüsli. Schreib ich so rein. So nennt man dich am besten, wenn du dich auf der Straße triffst. Zabi? Zabi eigentlich noch. Das ist auch ein Spitzname. Zabi, ja. Ja. True. Ja, das heißt... Dr. Zorb. Zabi, ja. Das ist eigentlich ein Ding. Zorbi. Zorbi, ja. Mr. Geil. Mr. Geil. Mr. Geil. Die habe ich mir selber gegeben. Keiner nennt mich so, nur ich. Aber das reicht mir. Wann hast du Geburtstag, Mike? Ich weiß es sogar. Sag mal. 22.04. Habe ich dir neulich erst gesagt. 22.04.98. Du hast am 16.04. Oh, du bist halt ein Scheißfreund. Am 12. Du bist echt... Oh, Bruder. 13.04. 14.05. 16. Du treust jetzt rein. Du treust jetzt rein. 17. 17. 17. ist richtig. 20. 18. 19. 21. 23. 7. 8. 9. 10. 10. 10. Bruder. 10. 10. Du hast todeslache dafür gebraucht. Du hast legit... Du hast legit... 2 Drittel des Monats aufgezählt. Um bis auf die 10 zu kommen. Ganze Monat außer die 10. Boah, das war schritt. Ich habe jeden Tag inhand außer seinem Geburtstag, Bruder. Ey, ich sag dir bei jedem einzelnen Mal... Ein Messer nach dem anderen. Der weiß doch, wo wir mit Louis Chisha überwarten waren. Selbst sein Geburtstag. Er hatte einen Tag vorher Geburtstag. Hab ich vergessen. Wir waren letztens in Mikes Heimat und waren mit seinem alten Kumpel Louis unterwegs. Der dicke, dicke Louis. Das sagen wir hier nicht. Darf man nicht? Aber ich bin selber dick. Das ist kein Fettschame, er will das, dass man ihn so nennt. Weiß ich nicht. Hat er so gesagt? Dann hast du recht wahrscheinlich. Auf jeden Fall sagt er, Louis, was hast du gemacht? Und Louis hat einfach Tag vorher Geburtstag. Das war eine bodenlose Situation. Normalerweise Leute aus unserer Branche sagen so Happy Birthday to me. Oder die laden dich ein. Oder diesen Pepe-Frosch mit dem Geburtstagshut. Dann weiß man immer. Der wichst halt nicht mal Facebook. Der hat nicht mal ne Handynummer. Stimmt, der hat keine Handynummer mehr. Da kann es mir auch keiner übel nehmen, wenn ich den Geburtstag vergesse. Aber ich bin auch nicht sauer, wenn jemand meinen vergisst. Ich merke mit dem von meiner Freundin, das ist am wichtigsten. Wann hat sie Geburtstag? 4. September. Nicht schlecht. Äh? Nee, Quatsch. Nee, Rättswanderer am 4. November. So. Sternzeichen. Ist das noch Witter? Nee, ich bin Stier. Du bist Stier schon? Stier mit Herz. Unangenehm. Was ist deine Lieblingsbeleidigung? Ich glaube Hurensohn. Ehrlich? Ja, ganz klassisch. Nicht so Taschenkasper? Nee. Nee, das ist so ein Fun-Word. Ich finde Hurensohn ist bei uns am meisten gegeben. Es ist einfach lustig, auch wenn es so overused schon ist. Boah, ich überlege gerade. Also ich bin ja auch eigentlich kein Charakter, der beleidigt so. Ich bin ja eigentlich immer sehr... Überhaupt nicht. Aber ich glaube, was mir am meisten von den innen geht... Du bist ein vielfälliger Typ. Ja. Du hast noch nie jemanden beleidigt. FDT. Finde ich toll. Hast recht. Hast du ein geheimes Talent, Mike? Ich hatte noch ein Wort, was ich cool fand. Na, sag. Aber das glaube ich jetzt nach diesem ganzen Leeroy-Ding und so darf man dann nicht mehr sagen. Du Hundeficker, habe ich auch immer gesagt. Das ist nicht so cool, ne? Das ist schwierig. Habe ich mir abgewöhnt. Ja, das ist ein bisschen... Das ist schon too much eigentlich. Ja, ja, das ist too much. Hast du ein geimes Talent, Mike? Nee, gar keins. Nein, pass auf. Ich würde sagen, du bist rhetorisch richtig gut. Das scheint nur nach außen so. Nee, nee, nein, du bist es. Verfick nochmal. Nee, verfick. Halt die Fresse. Okay. Ähm, was war denn mal richtig unangenehm? Gibt es auch eine unangenehme Story, vielleicht eine Exklusiv Story, die du noch nicht erzählt hast, Mike? Das wäre richtig geil. Boah. Wenn du eine hast. Oder wenn du einen kleinen Schwank hast. Eine kleine Fun-Story. Oh. Boah, ich habe eigentlich... Wird dir eine einfallen? Ich habe eigentlich alles, was ich gemacht habe, alles, was ich gemacht habe, habe ich schon erzählt. Ähm. Gibt es so einen aktuelleren Schlag vielleicht? Boah, lass mich kurz überlegen. Ähm. Ich habe mir letztens irgendwie einmal in die Hose geschissen, vor zwei Wochen ausversehen. Digga, wie kann es sein, dass sich jeder Einzelne bei diesen unangenehmen Momenten einfach... Nein, ich hatte irgendwie... Alles scheiß nicht voll. Auch mit Tashi letztens. Da hat er von der Zivier sich die Hose so voll geschissen hat, aber wie so ein Swimmingpool. Nee, das habe ich... Ich habe mich nur so voll geschissen, dass es nur in meinem Arsch war. Nicht richtig in die Hose. Ach so. Aber ich wusste, okay, ich muss jetzt auf... Ich habe gefurzt, weil ich so richtig Durchfall hatte, richtig im Magen. Das war irgendwie... Ich glaube, im... Nee, wo war im Rewe? Im Rewe? Im Rewe war Kaufland. Ich war irgendwo einkaufen, da wollte ich so leise forzen und dann habe ich mich halt voll geschissen, aber ich konnte mit den Arschbacken die Kacke zurückhalten. Und dann musste ich halt sofort auf Toilette und das sauber machen, aber nicht so richtig in die Hose. Aber ich habe eigentlich so... For real, ich bin sehr transparent. Ich habe alle Storys, die ich erlebt habe, alles unangenehme habe ich eigentlich schon im Stream-Ads. Würdest du fast sagen, du bist zu transparent? Ja. Hatte du jemals so dieses Gefühl, dass du sagst, okay, vielleicht erzähle ich ein bisschen zu viel? Nö. Das ist echt egal, ne? Ja, mir ist es völlig... Also ich erzähle alles peinlich, ich habe wirklich, mir ist es vollkommen egal. Ich bin super transparent. Wenn es bei mir geil läuft, erzähle ich. Wenn Kacke läuft, erzähle ich. Ja. Okay, doch, ich hatte einen unangenehmen Moment. Da habe ich, kennst du das Flamingo in Köln? Ja. Da stand ich bei Revi in der Halle, also das ist jetzt keine krasse Story, aber vielleicht ist das witzig so für die Zuschauer. Und der Chef von Flamingo war auch da, das ist ja ein sehr anerkannter Club in Köln. Ja, ja, klar. Und ich bin halt generell kein Clubfreund, da hat mich einer gefragt, so, jo, kommst du mit ins Flamingo? Ich habe übel über den Club abgerantet. Und dann tippt er mich an und sagt, was hast du gerade gesagt? Ich drehe mich um und dann steht er da. Das war mir richtig peinlich. Und was hat er dann gesagt? Ja, nichts. Ich meinte so, nein. Hast du du Humor genommen? Ja, voll. Absolut korrekter Arzt. Ich meinte so, ey, Bruder, ich mache nur Spaß. Ich bin einfach kein Clubtyp. Das war ein, der ist ein Einbruder, alles gut. So, komm mal vorbei, dann zeige ich dir, dass Club doch geil ist. So mäßig war er dann. Ah, okay. Ja, 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 aber sehr korrekter Typ. Shoutouts gehen raus, aber ich bin einfach kein Clubmensch mehr. Okay. Hast du eine komische Angemaltheit? Irgend so Marotten. Also, ich habe auf jeden Fall, wenn ich mir irgendwas angucke oder mich konzentriere, ich glaube, es liegt aber auch an meinen Nasen nebenhöhlen, mache ich so. Also, ich gucke wirklich wie ein Aal, ja, ja. Wieso? Ja, ist echt. Ich reagiere auf ein Video, als wenn mein Gehirn einfach ausgeht. Ich sitze so, gucke mir gerade so an, wie Mimi Apparat auseinander nimmt. Ich mache so. Da fahren so ein paar Sicherungen runter bei dir. Ja, das ist so komisch. Was habe ich noch dann irgendwie, wenn ich sitze, ADHS, ich wackele immer mit dem Fuß, das fuck auf jeden Fall. Ich glaube, es war ja aber auch. Werden 100 pro Leute in deine Kommentare schreiben. Ich habe versucht, darauf zu achten, aber es fucken viele ab. Okay. Und dass ich legit nur, keine Ahnung, mit Feuchttüchern kacken kann. Das Feuchttücher-Ding ist, das ist auch ein USP bei dir. Das ist mir heilig. Wenn ich ein Produkt rausbringen würde, wären es Feuchttücher. Das, oh, Bruder, mach das, das wäre richtig. Feuchttücher ist, ich schwöre da drauf. Nennen Sie Mike-Tücher, ja? Ja. Oh, stark. Oder Mike ist Feuchte. Boah, das ist gut. Mike seine Feuchten. Mike's Feuchte. Ich habe überlegt, die feuchte Scheißerchen zu nennen. Aber du machst jetzt nicht den Sticker ab. Nein, nein, ich habe daran gepult. Dankeschön. Was findest du richtig scheiße? Boah, wäre ich jetzt in meinem Podcast gewesen, hätte ich da eine Antwort gegeben. Wer wäre ein Name-Dropping gekommen? Tomaten und ***-Ketchup. Okay, gut. Was magst du richtig gerne? Es gibt natürlich auch andere Ketten, nur ich piepse einfach scheiße. Okay, ja. Viele leckere Ketchup. Ja. *** gehört nicht dazu. Wusstest du doch mal piepen? Wusstest du doch mal piepen? Jetzt höre ich wirklich auf. Ist das so? Der schlechteste Gast einfach. Da machst du wieder extra Arbeit, wirklich. Was ich geil finde, ist... Geld und wahre Freundschaft. Wunderschön, Mike. Ich schwitze ein bisschen, weil es hier so warm ist. So, hast du einen Lieblingssong gerade? Was läuft gerade in der Mic-List? Dieser eine Song von Doja Cat. I wanna show you off. I wanna kiss and hope they caught us. Dieser TikTok-Song. I wanna show you off. I wanna show you off. Ja, aber Entschuldigung, den kennen ich nicht. Den kennen doch von Doja Cat? Ja. Meinst du, den ich kenn? Ja, in der Pro. Aber es ist auf jeden Fall TikTok. Aber den legen wir dann drunter. Das ist so ein Ohrwurm. Der wird dann druntergelegt. Den hört ihr jetzt gerade. Und jetzt nicht mehr. Geht nochmal ganz kurz? Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Stopp. Hast du, pass auf, wir kommen zum letzten Punkt. Hast du eine Weisheit an die Menschheit, Mike? Der Röbster ist der Magenwind, der nie den Weg zum Arschloch findet. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Auf dem Scheißhaus lebt ein Geist, der jeden, der zu lange scheißt, von unten in die Eier beißt. Und damit war es das mit dieser wunderbaren Corner. Mike, ich bedanke mich, dass du hier warst. Warum ist die Banane krumm, weil sie sonst nicht in die Schale passt? Ich bedanke mich nochmal vielmals bei dir, Mike. Ich bedanke mich. Es war sehr, sehr geil mit dir. Sehr, sehr schön. Ja, war super. Ich habe die Folge sehr enjoyed. Wenn euch die Folge auch gefallen hat, dann könnt ihr gerne mal einen Daumen hoch geben, einen Kommentar schreiben, ob wir Mike mal wieder einladen sollen oder nicht. Oder ob wir es erstmal lassen sollen im besten Optimalfall. Dann abonniert gerne den Kanal, um nichts zu verpassen. Aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke. Die Glocke. Und ihr könnt das alles schauen, hören auf YouTube, Spotify und in der ARD ZDF Mediathek. Hier kommt ihr zu einem Video von Der Biograf über Mia Khalifa. Wo ist sie gelandet? Wo ist sie hin? Wir fragen uns das. Das Phänomen Mia Khalifa. Und darunter zur letzten Corner-Folge. Bis dahin verabschieden wir uns hier aus diesem wunderbaren Podcast zusammen mit dem Super Michael. Macht's gut, Kinder. Euer Henkmann. Tschüssikowski. Ciao. Tschüssikowski. 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 Tschüssi. Tschüssi.